Schönen guten Abend. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ich bin Ulrich Kühn und ist es nicht herrlich? Leuchtende Kerzen vor Weihnachtszeit und abends greift man entspannt zum Buch. Dazu ein hübsches Gläschen oder auch gleich ein ganzes Fläschchen Wein. Was könnte entspannender sein? Die reinste Biblio-Home-Therapie. Nur leider die Verhältnisse, sie sind nicht immer so. Bevor wir am Abend gemütlich in schön gesetzten Worten schwelgen, hat den ganzen Tag über ein Wort schon wieder alles überstrahlt. Krise, Flüchtlingskrise auf lange Zeit, Klimakrise, seit bald zwei Jahren Corona-Krise. Mit dem Entspannen will es irgendwie nicht so gut klappen. Es herrschen immer wieder und inzwischen bedenklich oft Unsicherheit und Angst. Irgendwie hatten wir uns das anders vorgestellt. Die großen Krisen waren doch überstanden oder fanden anderswo statt. Aber ab jetzt würde es eher ums Feintuning im Leben gehen. Doch das war vielleicht eine Illusion. Und jetzt? Wohin sich gedanklich bewegen? Bieten vielleicht Romane Trost? Dann doch, trotz alledem? Weisen sie gar den Ausweg? Oder fressen wir uns lieber an Netflix satt? Nächte und Wochenenden hindurch? Wie steht es um die Rolle der Fiktion? Nicht nur des Romans in Krisenzeiten. Was kann, was könnte, was sollte sie bieten? Ein mir sehr nahestehender Mensch, eine Generation älter als ich, hat, weil nicht sehr froh, gerade zum vierten Mal die gesamten Josefsromane von Thomas Mann gelesen. Das ist womöglich nicht jedermanns Sache. Es könnten auch Krimis sein oder Gegenwartsromane, Erinnerungsliteratur, Erzählungen aller Art. Aber können die lebensrettend wirken, wie wir im Titel hier spekulieren? Helfen sie dem Denken und dem Leben auf die Sprünge in einer Welt bedrückender Fakten? Dienen sie eher der Flucht, der Vermeidung der Realität? Und wie war das eigentlich mal früher, zu anderen, zu prädigitalen Zeiten? Um all solche Fragen soll es gehen in diesem Herrenhäuser Gespräch. Und ich begrüße ganz herzlich unsere Gäste hier und nicht nur hier im Saal. Denn Professorin Dr. Irina Dumitrescu vom Institut für Anglistik, Amerikanistik und Kältologie an der Uni Bonn ist uns zugeschaltet aus Toronto. Dort ist es jetzt 13 Uhr. Guten Mittag, Frau Dumitrescu. Schön, dass Sie bei uns sind. Schön, hier zu sein. Was verschlägt Sie nach Kanada? Warum sitzt Sie nicht hier in Hannover? Ich habe ein Stipendium, um das ganze Jahr zu schreiben. Also ist das ein Genuss, besonders in Krisenzeiten. Man hat auch den Eindruck, dass es Ihnen gut geht, soweit man das vom Bild aus beurteilen kann. Sie haben eindrucksvolle Texte zu unserem Thema geschrieben, zum Beispiel über rumänische Intellektuelle, die während der Zeit der Diktatur ins Gefängnis gesteckt wurden und dort die Kraft der Sprache, der Poesie, des Erzählens als rettende Kraft ganz existenziell erlebten. Was war Ihr Antrieb, sich mit diesem Thema zu beschäftigen? Vielen Dank. Das ist tatsächlich ein sehr wichtiges Thema für mich, obwohl ich Medievistin bin. Also eigentlich ist das 20. Jahrhundert nicht in meinem Bereich. Aber ich habe, als ich 20 Jahre alt, habe ich in der kanadischen Botschaft in Bukarest gearbeitet. Und da habe ich von ein bisschen älteren Frauen, so um die 24 und 26 Familiengeschichten gehört, von Familienmitgliedern, die eben in diesen Gefängnissen waren und die wirklich gefoltert wurden. Also das war ein Programm teilweise, besonders in der Pitecht-Gefängnis, die darauf gezielt hat, die Menschlichkeit, die Menschenwürde dieser Gefangenen und besonders Intellektuellen zu zerstören. Und ich habe damals erfahren, wie solche Menschen einander Sprachen gelernt haben, wie sie sich mit Gedichten, mit Literatur, mit Opern und so weiter, also natürlich nicht gesungene Opern, sondern die Erinnerungen an Opern, die irgendwann gesehen wurden, wie sie das als Quelle der Resistenz gefunden haben und auch als Ablenkung. Und manche Menschen haben dann später auch in diesen Bereichen gearbeitet, als sie wieder frei waren. Und das hat mich tiefst beeindruckt, weil in der Uni wird Literatur manchmal zur Arbeit, zur Pflicht, im besten Fall. Und aus diesen Beispielen habe ich dann gelernt, dass es besonders in Krisenzeiten ist, dass man die Bedeutung von Literatur und auch, muss man sagen, andere Künste und Mathematik, Schach und so weiter und Sprachen. Besonders in diesen Zeiten versteht man, was sie wirklich können. Sie sind Medewistin, Sie haben es gesagt, das wird uns im Laufe des Abends bestimmt auch noch weiterhelfen, wenn wir dann mal ein bisschen weiter in die Historie schauen, um ein ganzes Bild zu bekommen. Hier sind aber auch zwei Gäste auf dem Podium. Prof. Dr. Lars Koch hat eine Professur für Medienwissenschaft und neuere deutsche Literatur an der TU Dresden inne, ist außerdem Chefredakteur der KWZ, der Kulturwissenschaftlichen Zeitschrift. Guten Abend, Herr Koch. Schönen guten Abend. In Sachsen, auch in Dresden, hat die aktuelle Krise, die Corona-Krise, ja besonders heftige Wolken geschlagen. Da könnten sich manche Niedersachsen wünschen, dass ein bisschen weniger fiktives Wunschdenken und etwas mehr faktensatte Realitätsfestigkeit herrscht. Aber das ist nicht unser Thema heute Abend. Uns geht es ja um die womöglich lebensrettende Kraft gerade der Fiktion. Sie beschäftigen sich mit der literarischen und filmischen Bearbeitung von Bedrohungsszenarien. Was ist der Reiz an diesem Thema? Naja, vielleicht fange ich mit Ihrem ersten einleitenden Worten an. Ich meine, wenn man sich die Corona-Leugner, die ja eigentlich sozusagen Corona-Geschichten-Nachverfolger sind, irgendwie genauer anguckt, dann ist das ja schon eine ganz ähnliche Situation. Das sind Menschen, die komplett überfordert sind von einer Situation, die auch ein Stück weit Angst haben und für die in einer gewissen Weise auch das Geschichtenerzählen ein Ausweg ist. Nur dummerdings sind das Geschichten, die sozusagen irgendwie eigentlich weiter ins Verhängnis hineinführen. Also das Geschichtenerzählen ist für Menschen, die sozusagen nicht an das Coronavirus glauben, irgendwie eine ganz wichtige Sache. Die erzählen sich wechselseitig permanent die Geschichte vom großen Austausch, von der Impfmafia, vom Great Reset, von all diesen Dingen. Das sind auch Fiktionen, die da eine Rolle spielen. Also insofern würde ich von vornherein sagen, dass man nicht gut beraten ist, wenn man glaubt, dass Geschichtenerzählen, dass Romane, dass Fiktionen immer sozusagen die Dinge zum Besseren wenden oder irgendwie ein Stück weit lebensrettend sind. Sie können auch ganz schön gefährlich sein, weil sie sozusagen bestimmte Vorstellungen von Welt und Gesellschaft prägen und irgendwie sozusagen da auch durchaus irgendwie so ein Stück weit weg aus der Realität führen können. Das kann sehr verhängnisvoll sein. Es kann ja in dem Zusammenhang ganz interessant sein, dass ein Wort so groß Karriere gemacht hat in den letzten Monaten, vielleicht auch Jahren. Abgewiesen wird die andere Erzählung, die realitätsnahe Erzählung gern mit dem Hinweis, das sei nur so ein Narrativ, dass irgendwelche Menschen, die davon profitierten, erfunden hätten. Dieser Begriff Narrativ, der hat eine große Karriere hingelegt. Erzählt uns das was? Naja, also klar, sozusagen diese ganz klare Aufteilung von Realität und Faktizität auf der einen Seite, Fiktionalität, Irrealität, Affektivität auf der anderen Seite, die lässt sich so nicht mehr halten. Und das wird oft mit diesem Begriff des Narrativs verbunden, wobei ich glauben würde, dass wenn man den Begriff analytisch einsetzt, er doch auch wirklich ganz, ganz viel leisten kann, weil er uns klar machen kann, dass wir als Menschen uns in der Welt orientieren, indem wir natürlich in einer gewissen Weise kulturellen Skripten, kulturellen Narrativen folgen. Wir reagieren auf die Welt eben nicht nur rational und irgendwie kognitiv, sondern immer auch emotional. Und da spielen Narrative, kulturelle Skripte, die über Romane, über Filme, über die Medien vermittelt sind, eine ganz wichtige Rolle. Die prägen in einer gewissen Weise schon die Art und Weise, wie wir auf die Welt drauf gucken. Und wenn man den Begriff des Narrativs so gebraucht, als einen analytischen, dann ist das schon wichtig. Ich will meine eigene Frage nicht ganz vergessen. Die filmischen und literarischen Bedrohungsszenarien, die es ihnen so angetan haben. Dafür muss es irgendeinen Grund geben. Natürlich ist das möglicherweise ein Forschungsfeld, das nicht allzu viele beackern. Auch solche äußeren Gründe können mal eine Rolle spielen, aber das wird es nicht sein in dem Fall. Ich habe meine Dissertation geschrieben über die Literatur des Ersten Weltkriegs. Ich habe mich mit Walter Flex und Ernst Jünger beschäftigt. Und da war schon ganz zentral die Frage, wie man mit so einer absoluten Welt klarkommen kann, die aus den Fugen gerät. Der industrialisierte Krieg war ein Krieg wie keiner zuvor. Und von dieser Frage ausgeht, wie Literatur da sinnstiftend wirken kann, aber auch in einer gewissen Weise natürlich politisch prekär ist, hat sich dann sozusagen ein Forschungsinteresse entwickelt, dass dann über solche Felder wie Angst, wie Devianz, wie Gewalt, wie Störungen sich fortgesetzt hat. Also wenn Sie so wollen, ich bin halt irgendwie ein Fachmann fürs Deviante. Schön, mal einen solchen Fachmann in der Nähe zu haben. Prof. Dr. Friedrich von Borjes hat eine Professur für Designtheoriehochschule für Bildende Künste Hamburg, ist Architekt und Schriftsteller, hat übrigens schon 2010 einen Surkamp-Band veröffentlicht mit dem Titel Klimakapseln über Lebensbedingungen in der Katastrophe, der mit dem Hinweis vom Verlag beworben wurde, naja, im Moment schöben doch viele die Klimakrise, die Erwärmung der Erde noch ein bisschen vor sich her. Das sei aber vielleicht auf Dauer nicht ganz die richtige Strategie. Und in diesem Jahr ist Friedrich von Borjes Roman »Fest der Folgenlosigkeit« erschienen. Guten Abend erstmal. Guten Abend. In diesem Roman, den ich jetzt zuletzt erwähnt habe, tauchen Menschen auf, die sich für eine klimagerechte und nachhaltige Welt einsetzen, durchaus radikale Gedanken kommen ins Spiel und der Kunst soll eine besondere Rolle zugedacht sein. Dieses Wort von der Folgenlosigkeit, das schillert durchaus, auch in ihrem Roman. Einerseits hat folgenloses Denken was Quälendes an sich, wenn es sich in Grübelei erschöpft, wenn nichts daraus folgt. Auf der anderen Seite, so der Gedanke, ist die einzige Folge, die der Kapitalismus unterm Strich wirklich zuverlässig hervorbringt, die Zerstörung dieser Welt. Insofern wird Folgenlosigkeit dann zu einem erstrebenswerten Ziel. Ist dieser Roman, ist Ihr ganzes Projekt »Fest der Folgenlosigkeit«? Das ist ja in einem größeren Kontext zu denken, was Sie da als Roman zu Papier gebracht haben. Ist das ein Beispiel dafür, wie Fiktion denn doch rettend in die Realität der Fakten zumindest eingreifen will? Also das wäre natürlich schön, wenn das gelänge. Ich glaube, auf der Ebene des Romans interessiert mich dabei vor allem, dass ich verschiedene Personen anbieten kann, die in unterschiedlicher Weise sich mit einem drängenden gesellschaftlichen Problem auseinandersetzen und die LeserInnen sich sozusagen unterschiedlich identifizieren können und sozusagen vorerzählt bekommen, vorgelebt könnte man auch sagen, wenn man jetzt der Immersion das zutraut, was aus welchen Verhaltensansätzen, Verhaltensvorstellungen folgen könnte. Das heißt, man kann in einer bestimmten Weise etwas verhandeln, was man in den anderen Ausdrucksformen, denen ich so nahestehe, wie zum Beispiel der Architektur, nicht kann. Dafür kann die Architektur zum Beispiel Zukunftsbilder produzieren, wie die Welt aussehe, in der wir leben könnten, währenddessen die Literatur, glaube ich, die Stärke hat, vorstellbar zu machen, wie sich Menschen in so einer Welt verhalten würden, positiv wie negativ. Und insofern finde ich die Kombination von unterschiedlichen künstlerischen Ausdrucksformen sehr interessant, wenn man darüber nachdenken will, wie eine Welt aussehen könnte, in der wir leben wollen. Ob man sie damit rettet, weiß ich nicht, das ist ja auch eine sehr hohe Messlatte, aber es ist zumindest ein Instrument, das uns hilft, darüber nachzudenken und auch uns mit anderen darüber auszutauschen. Eins noch vielleicht in unserer kleinen Vorstellungsrunde. Sie arbeiten, haben Sie mir geschrieben, auch mit einem Kollegen an einem Projekt, das in Unternehmen Vorstellungskräfte stärken oder vielleicht auch erst wecken soll, für eine andere denkbare Zukunft. Und daran sind dann eben Schriftstellerinnen und Schriftsteller beteiligt. Sozusagen ein Praxisbeispiel zu unserem Thema, ein Praxisbeispiel vielleicht auch dafür, wie Fiktionales, indem es der Fantasie auf die Sprünge hilft, hilft derer, die Realität gestalten, dann eben doch wirksam werden kann. Ja, ich glaube, eines der Kernprobleme, dass wir bei dieser großen Aufgabenstellung, die man sozialwissenschaftlich-gesellschaftliche Transformation nennt, haben, ist, dass sehr viele Menschen sich gar nicht trauen, sich eine andere Zukunft vorzustellen. Weil dann ist man ja naiv, das ist ja eine Träumerei, das klappt ja eh nicht, hast du einen an der Waffel so ungefähr. Und stellen Sie sich vor, Sie sind Manager oder Managerin in einem Unternehmen und wollen mal darüber nachdenken, was könnte eigentlich unser Unternehmen anderes machen oder das Geschäftsfeld, das es hat, anders formulieren. Das ist sozusagen im normalen Rahmen von Management-Meetings funktioniert es nicht. Und ich habe deshalb mit einem Kollegen, der ein bisschen aus der Welt kommt, Horsten Fremer, eine Initiative gestartet und jetzt mit einem großen deutschen DAX-Unternehmen, das dafür sorgt, dass wir von A nach B kommen durch die Luft. Und drei SchriftstellerInnen, Nora Bossong, Ariadne von Schirach und Juan Guse, sozusagen Teams gebildet, wo die Leute aus dem Management des Unternehmens zusammen mit den SchriftstellerInnen Geschichten schreiben. Das sind keine Geschichten über das Unternehmen, das wäre zu platt, aber es sind, das eine ist eine Familienaufstellung, mit der Aktie, mit dem Baum, mit dem Management, mit der Stewardess und so weiter und so fort. Das andere ist ein Twitter-Roman von einer fiktiven Person, die aus der Lounge, der First-Class-Lounge so berichtet, was da so passiert. Und das Ganze führt dazu, dass die Leute aus dem Management, die daran teilgenommen haben, plötzlich einen Rahmen hatten, wo sie ganz anderes über eine mögliche Zukunft nachdenken konnten. Und auch diejenigen, die sozusagen beteiligt waren, die Leute aus dem Vorstand, konnten, glaube ich, auch anders darüber reden, weil sie reden jetzt ja über eine Geschichte, als wenn sie das irgendwie als Strategieplan für die Unternehmensentwicklung der nächsten fünf Jahre zu verhandeln hätte. Insofern öffnet das Fiktive, sowohl Kanäle in einem selbst, in den Erzählenden, sich was vorzustellen und was rauszulassen, in Anführungszeichen, als auch bei den Rezipienten über Dinge zu sprechen. Und ich glaube, das ist zumindest unsere Hoffnung, eine Mittel, um den Menschen, die in unserer Gesellschaft hohe, wichtige Entscheidungsfunktionen haben, sozusagen die Imaginationskraft, die Vorstellungskraft der Kunst an die Hand zu geben, um die richtigen Entscheidungen auch für die wirtschaftliche Realität hier zentral ist, treffen zu können. Also das Fiktive vermittelt durch Expertinnen und Experten als kleine Nachhilfeeinheit für leider etwas fantasiearme Managerinnen und Manager, die aber viel zu entscheiden haben. Sie sehen, das ist ein wirklich vielfältiges Thema. Das sind ganz unterschiedliche Perspektiven, die wir heute Abend hier beisammen haben. Es wird interessant sein zu sehen, wohin uns das Ganze trägt, wie weit wir kommen, wenn man so will. So ein Gespräch hat ja auch immer einen gewissen Fiktionscharakter an sich, solange es noch nicht stattgefunden hat. Man kann sich vorstellen, wie das wird, aber wenn es gut und lebendig zugeht, dann wird es immer noch wieder ein bisschen anders. Frau Dumitrescu, wir haben hier dieses große Wort von dem Lebensretter, dem Roman als Lebensretter in den Titel gepackt und das ist natürlich ein Anspruch, da könnte man sagen, das ist eine pathetische Überhöhung, das ist von vornherein zum Scheitern verurteilt. Oder hat es vielleicht doch seinen ganz guten Sinn, den wir nur vielleicht erst wiederentdecken und neu zum Leben erwecken müssten? Wissen Sie, es ist sehr ungewöhnlich für mich als Optimistin unterwegs zu sein. Also als gebürtiger Rumänin ist es fast genetisch, dass ich eher zynisch und pessimistisch bin. Aber in diesem Fall möchte ich doch ein bisschen optimistisch sein. Oder sagen wir es mal so, Literatur ist ein Werkzeug. Also ich glaube nicht, dass Literatur Menschen besser macht. Auch nicht empathischer würde ich nicht sagen. Also dafür habe ich keine Beweise gesehen. Aber jeder Mensch hat eine besondere individuelle Erfahrung mit der Literatur und mit jedem Werk. Das ist immer, es hängt von der Zeit ab, es hängt von der Situation, von der Lebensphase und so weiter. Da würde ich sagen, ein Roman kann doch lebensrettend sein. Und ich fand, was Herr von Borges sagte, sehr schön. Also das ist mir immer wieder besonders in Erinnerungen von Gefangenen aufgefallen, dass sie nicht nur im Gefängnis gefangen waren, sondern auch in der Zeit, in einem Jetzt sozusagen. Sie hatten keine Vergangenheit und sie hatten keine Zukunft. Und ich glaube, man kann gefangen sein, auch wenn man nicht im Gefängnis sitzt. Also indem man an keine Zukunft denken kann, keine Zukunft sich vorstellen kann. Und dafür kann Literatur sehr gut sein. Also es kann uns aus diesem Moment, aus dieser Gegenwart, die zwar eine gewisse Realität hat, aber wir können die nicht immer ganz wahrnehmen und beobachten und verstehen in dem Moment. Das ist auch so. Kein Mensch kann das. Aber wir können mit Literatur und mit anderen Künstlern ein bisschen Kontext schaffen. Parallele aus der Vergangenheit holen. Ideen für die Zukunft Manchmal einfach zu wissen, manchmal ist es wichtig, einfach zu wissen, dass Menschen gelebt haben, die Krisen auch durchgemacht haben. Also ich persönlich bin kein Expertin für die Pest, aber ich muss sagen, das waren in Teilen von Europa sind fast 70 Prozent der Menschen gestorben an die Pest. Und wenn ich daran denke und ich denke, dass die Menschheit trotzdem weitergemacht hat und das ist noch weiter geschrieben und geliebt und gelebt wurde, da habe ich ein bisschen Hoffnung davon, dass wir auch das, was heutzutage passiert, überleben können. Das ist nur eine Variante, aber ich glaube, diese Zeitlichkeit der Literatur, die uns viel mehr Raum schafft, ist vielleicht am wichtigsten für mich. Ist denn dann, Herr Koch, auch wenn Sie vorhin eher eine etwas pessimistischere Seite angeschlagen haben, ist denn dann vielleicht die raumöffnende Kraft, die selbst so ein Katastrophenroman, der von einem Stromausfall handelt, zustande bekommt? Also die fantasieanregende Kraft eben doch so eine Art, wie soll ich mal sagen, Bewegungsfeld außerhalb des Alltags, in dem man erproben kann, wie es sein könnte und was man vielleicht daraus rückfolgern sollte für das Verhalten im gelebten Alltag, zumindest das? Naja, wie so oft im Leben kommt es halt darauf an, um welchen Roman, um welchen Text es wirklich geht. Literatur kann natürlich Formen bereitstellen, die auf der einen Seite die Möglichkeit sind, das Einzelnen, auch der Gesellschaft, stimulieren. Das wäre vielleicht irgendwie der Ansatz von Friedrich. Aber Literatur, Populärkultur, Geschichten, die zirkulieren in der Gesellschaft, können natürlich auch sowas triggern wie ein Gefahrensinn. Und Zukunft ist eben nicht nur offen und irgendwie sozusagen lässt sich gestalten, sondern in ganz vielen Erzählungen ist irgendwie Zukunft eigentlich verhangen, ist sozusagen ein Verhängniszusammenhang, ein Gefahrenraum, der irgendwie sozusagen drohend auf uns zukommt. Und daraus lassen sich dann natürlich schon auch bestimmte politische Implikationen ableiten. Wenn wir sozusagen danach fragen, ob ein Roman ein Lebensretter sein kann, dann würde ich sagen, ja, vielleicht. Ich kenne aber ganz viele Erzählungen in der Populärkultur, die sozusagen sich Gedanken darüber machen, wer überleben darf und wer nicht. Sozusagen wo sofort immer in solche Krisenszenarien so eine allokationsethische Frage eingetragen wird, wer gehört dazu, wer ist auf der richtigen Seite und wer muss draußen bleiben. Wo sozusagen ganz auch massiv politische Aufladungen stattfinden. Und dann hat das Ganze irgendwie ganz schnell was politisch sehr prekäres und liefert Bilder und Vorstellungen, die natürlich sozusagen irgendwie dann über den Fiktionsraum hinaus auch in den politischen Raum ausgreifen. Haben Sie das Gefühl, dass das in der aktuellen Corona-Pandemie teilweise geschehen sein könnte, weil man ja doch beobachten kann, dass in Kommentarforen mit einem gewissen abgeklärten Zynismus darüber resoniert wird, dass es sowas geben könnte wie eine Triage beispielsweise. Und dann weiß der kommentierende Mensch schon ziemlich genau, wer die verdient hätte, nicht zu überleben und wer aber auf der richtigen Seite stünde. Man hat manchmal den Eindruck, aber das ist eine ganz subjektive Empfindung, dass da schon so eine Art Osmose stattfinden könnte zwischen populärkulturell rezipierten Filmen und dergleichen und dem, was jetzt in der Realität gerade geschieht. Judith Butler, eine wichtige Kulturtheoretikerin aus den USA, hat den Begriff der Grievability geprägt, der Betrauerbarkeit. Und sie blickt dabei vor allem auf die Krise im Mittelmeer und sagt, dass natürlich sozusagen bestimmte Diskurse und bestimmte Narrative daran arbeiten, dass wir intuitiv, nicht kognitiv, sondern intuitiv eine Unterscheidung schon für plausibel halten, dahingehend, wer möglicherweise mehr wert ist, betrauert zu werden und wer weniger wert ist, betrauert zu werden. Und das ist natürlich sozusagen so eine Entscheidung oder eine Unterscheidung, die auch jetzt gerade in der Corona-Krise eine Rolle spielt. Also man hat ganz oft den Eindruck, dass man über jemanden, der eben nicht geimpft ist und auf der Intensivstation landet, dass der schon sozusagen das Recht verwirkt hat, betrauert zu werden, im Zweifelsfall. Also solche Muster der Ordnungsstiftung spielen, glaube ich, da schon eine wichtige Rolle. Auf der anderen Seite, wenn man guckt, es gibt einen Film, Contagion von 2011 von Steven Soderbergh, ein Viren-, ein Pandemiefilm, der im Kino nie wirklich erfolgreich war, obwohl er wirklich sehr kluge Beobachtungen macht und dessen Downloadzahlen schlagen dann auf einmal 2020 bei der Corona-Krise bei Netflix beziehungsweise bei Amazon in die Höhe. Weil Leute ein Bedürfnis haben, dieses diffuse Feld, was ist das denn eine Pandemie, dann doch sozusagen über einen Film, über eine Bildwelt, über ein Narrativ zu konkretisieren. Mit dem kann man sich dann auseinandersetzen. Da kann man sozusagen sich irgendwie affektiv, emotional identifizieren. Das kann dann auch wieder politisch schwierig werden, klar, aber sozusagen dieses Bedürfnis ist da und da spielen, glaube ich, Narrative eine ganz wichtige Rolle. Diffuse Ängste in konkrete Szenarien zu übersetzen, mit denen man sich auseinandersetzen kann. Intellektuell, aber eben auch affektiv. Dass das so hoch schoss im Jahr 2020 lässt einen unmittelbar denken, weil Sie von der Pest sprachen, Frau Dumitrescu, an einen Roman nun wiederum, nämlich die Pest von Albert Camus, war ja plötzlich auch wieder ganz stark verkauft, ausverkauft sogar online. Was mag man sich erwartet haben? Vielleicht doch Aufschluss über das, was jetzt gerade geschieht? Ich glaube, dass das ein Bedürfnis ist, dass das bei Camus natürlich komplett enttäuscht wird. Aber klar, wie machen wir uns denn, wie orientieren wir uns in der Welt, indem wir uns Geschichten erzählen? Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Da komme ich her, hier bin ich, da will ich hin. Also das Geschichten erzählen ist eine ganz basale Kulturtechnik, mit denen sich Menschen in der Welt orientieren. Und das betrifft natürlich sozusagen die Geschichten, die ich mir mit meinen Kollegen beim Bier erzähle. Das betrifft aber ganz besonders eben auch diese großen Narrative, die uns über Medien quasi sozusagen mit einem kollektiven Bilder- und Erzählungsensemble bedienen und beliefern. Herr von Borges, ich hänge noch fest an einem Gedanken, den Frau Dumitrescu vorhin formuliert hat. Und ich glaube, den sollten wir uns nochmal gemeinsam ein bisschen genauer angucken. Sie sagten sinngemäß, Frau Dumitrescu, naja, Sie kennen keinen Beweis dafür, dass die Lektüre von Romanen empathischer macht. Und das ist aber ein beliebtes positives Vorurteil über die Beschäftigung mit Literatur. Die Lesen, das sind im Grunde die besseren Menschen. Offenbar ist es nicht. Ja, Sie schütteln schon den Kopf. Macht Sie das nicht ein bisschen traurig, Herr von Borges? Denn Sie haben ja doch Hoffnungen, wenn Sie so einen Roman in die Welt setzen. Nee, traurig macht mich ein anderes. Ich würde sagen, wie auch Frau Dumitrescu vorhin gesagt hat, Romane sind Werkzeuge. Und sie helfen Menschen, bestimmte Situationen nachzuempfinden, vorzuempfinden, sich damit auseinanderzusetzen, darüber zu erzählen. Und die normative Aufladung, worüber Lars Koch ja gerade gesprochen hat, das kann auch negative Folgen haben und so weiter, das ist ja dann wieder eine Sache der Sichtweise und der Perspektive. Der Begriff der Weltrettung ist jetzt ja auch kein unproblematischer. Das würde ich jetzt keiner Form von Kunst zumuten wollen. Das wollten schon zu viele gesellschaftliche Formationen von Kunst in einer Art und Weise, wie es weder der Kunstgut getan hat, noch der Gesellschaft. Ich würde schon dieses reflexive Moment stark machen und das Kommunikative. Und das Reflexive entsteht über die Imagination, was halt an Möglichkeiten angeboten wird. Das sind Möglichkeiten für Zukunfte, das sind Möglichkeiten für Vergangenheiten. Auch die erfinden wir ja immer wieder neu, worauf wir uns beziehen. Das sehen wir in den ganzen postkolonialen Diskursen jetzt ja, wo sozusagen Vergangenheiten wieder erschlossen werden, die historisch abgeschnitten waren für Identitätskonstruktionen. Und da spielen Romane, Erzählungen, aus den Gründen, die Lars Koch eben benannt hat, eine ganz zentrale Rolle. Das muss die einzelnen Menschen jetzt aber nicht besser machen. Aber die, die besser werden wollen, haben ein Instrument, das ihnen vielleicht dabei hilft. Und diese Teilperspektive, die stimmt mich wieder optimistisch und die gilt nicht nur für Romane, sondern, glaube ich, für jede Form von Kunst. Und deshalb unterrichte ich mit Freude an der Kunsthochschule. Das könnten Sie so unterschreiben, Frau Dometrescu? Auf jeden Fall. Und man muss auch dazu sagen, ein Leser muss nicht passiv sein. Es ist nicht so, dass der Leser einfach so unterrichtet wird von der Kunst. Ich sage mal so, auch im Unterricht wird der Student nicht einfach unterrichtet. Der Leser ist noch freier, hat noch Zeit, Kritik auszuüben, nachzulesen, wiederzulesen. Also das ist immer eine Begegnung. Und deswegen würde ich auch das Persönliche unterschreiben. Also als Werkzeug für soziale Veränderung, da bin ich auch skeptisch. Ich glaube, das ist zu viel gefragt. Es kann passieren, aber es ist eher die Ausnahme. Aber diese individuellen Begegnungen zwischen Text oder Kunstobjekt oder Musik, was auch immer, es kann auch ein Rezept sein und Mensch, die müssen nicht, die können auch kritisch, die können aktiv sein und daraus kann man was machen. Also das, ja. Deswegen ist das auch nicht immer so, dass man unbedingt besser wird aus dieser Begegnung. Man kann auch oberflächig lesen und so weiter und dann hat man auch nichts davon. Aber da würde ich auch sagen, das sind Krisenzeiten manchmal sehr nutzvoll, ohne das zu viel zu verschönern. Aber in Krisenzeiten können wir manchmal ein bisschen mit mehr Aufmerksamkeit lesen und interpretieren und rezipieren. Manchmal sind es eben die Krisen, die uns dazu bringen, Literatur und andere Konzerne ernst zu nehmen und auf eine andere Art zu interpretieren und zu verstehen. Wenn Camus plötzlich wieder ein Kassenschlager geworden ist, Friedrich von Borjes, war das dann ein erstes Anzeichen dafür, dass es ganz ernst werden könnte, in dem Sinn, den Frau Dumitrescu eben angesprochen hat, dass man sich in Krisenzeiten also auf Möglichkeiten von Literatur besinnt, die man sonst ein bisschen aus dem Blick verloren hat. Und hieß du das, weil das vielleicht doch nur eine vorübergehende Konjunktur war, dass man sich jetzt so ein bisschen wieder eingepegelt hat, eher so auf Netflix-Niveau? Naja, wenn alles gut läuft, braucht man keine alternativen Erzählungen. Wenn die Krise da ist, dann sucht man nach Handlungsmodellen, nach möglichen Zukunften. Man sucht auch nach Schuldigen. Insofern, das wird bedient durch Erzählungen, die ja nicht immer Kunst sein müssen. Das sind auch politische Erzählungen und so weiter. Und wir leben ja in einer Zeit, in der aus verschiedenen nachvollziehbaren historischen Gründen die große politische Erzählung eher verpönt ist. Und PolitikerInnen sich sehr stark zurückziehen auf eine Sachverwaltung. Also Fortschritt wagen ist dann ja schon sozusagen der Exzess an Imaginationsfähigkeit. Sie würden behaupten, dass Olaf Scholz eine exzesshafte Regierungserklärung gestern abgegeben hat. Nein, das ist für Olaf Scholz der Exzess. Und dann haben wir aber in der Gesellschaft die Möglichkeit, dass die Kunst, das künstlerische Praxen eine andere Imaginationsform anbieten. Und da würde ich jetzt ungern Netflix gegen die Hochkultur ausspielen wollen, weil all diese unterschiedlichen Formen von Kunst für unterschiedliche Menschen und für unterschiedliche Aspekte in Menschen, ich gucke ja auch Netflix, in unterschiedlichen Momenten Angebote machen, um sich mit bestimmten Themen auseinanderzusetzen. Ich kann nicht immer anspruchsvolle Literatur lesen. Es gibt auch Momente, da habe ich einfach Lust, vor dem Ding zu sitzen und mir was reinzuziehen. Aber auch da gibt es Momente, wo ich Anregungen bekomme, wo mich was bewegt und sei es nur in einer negativen Abgrenzung. Und das sind ganz wichtige Funktionen, die halt die politischen Erzählungen nicht anbieten. Und man könnte jetzt darüber diskutieren vor dem Hintergrund, sozusagen Weltrettung als Oberthema. Brauchen wir stärkere politische Erzählungen? Würde ich sagen, ja. Aber wir merken auch im gesellschaftlichen Klima der letzten Bundestagswahl, die Grünen als die Partei, die das zumindest versucht hat, zaghaft, hat dann sozusagen ihre entsprechende Entwicklung genommen, die eher nach unten als nach oben geführt haben. Und die Parteien, die gesagt haben, wir kriegen das schon so hin und eigentlich bleibt alles so, wie es ist, haben ihre Aufwärtsbewegung gemacht. Da müssen wir uns auch als Gesellschaft hinterfragen, sozusagen wie viel Weltrettung wollen wir tatsächlich? Und wie viel, ja, wie soll man das jetzt sagen, wie viel Ersatzbefriedigung reicht uns? Ich fürchte, nein, ich vermute, nein, ich bin mir sicher, Sie sind mit Ihrer Lust gelegentlich Netflix reinzuziehen auf diesem Podium und vielleicht auch in diesem Saal, nicht vollkommen allein. Wir können historisch nochmal ein klein bisschen zurückblenden, weil Sie von den politischen Erzählungen sprechen und Frau Dumitrescu auch bei uns ist. Es hat eine Zeit gegeben in den Staaten des sogenannten Ostblocks, in der Kunst offenbar in einer ganz anderen Weise aufgeladen wurde mit Hoffnung, auch mit Möglichkeiten und mit Befürchtungen seitens der Herrschenden betreffend die Kraft dieser Kunst, die widerständige Kraft, die widerstandsfördernde Kraft dieser Kunst und dann hat man subtile Kodizes gefunden, zu transportieren, was an der Zensur vorbei zu transportieren war und dann musste sich vielleicht jemand für ein Politbüro rechtfertigen, für eine Theaterinszenierung oder für einen Roman und dergleichen mehr. Ist das im Nachhinein, Frau Dumitrescu, eine Verklärung, wenn man sagt, Kunst, Erzählungen, Fiktion, das war wichtiger in diesen Gesellschaftsformen oder kann man sagen, ja, das war tatsächlich so, dieser Kunst war eine andere Funktion aufgetragen? Ich glaube, das war schon wichtiger, aber ich möchte das auch nicht so unkritisch beobachten. Also es gibt diese Geschichten über Kunst, mindestens in Rumänien während der Diktatur, dass Schriftsteller wirklich sehr geklügelte Texte verfasst haben, die immer auf zwei Niveaus funktioniert haben und dass das Publikum auch so lesen könnte. Das Publikum war immer sehr aufmerksam, um beide Nachrichten sozusagen zu verstehen. Das ist vielleicht auch eine Geschichte, die man nicht immer akzeptieren muss und man könnte das auch schönreden nennen. Allerdings muss man auch sagen, dass als Ceausescu gefahren ist, gab es Schlangen vor Buchhandlungen, die riesig waren. Und jetzt gibt es diese Schlangen nicht mehr. Also den Menschen war die Literatur wichtig. Ich kenne eine Frau, die mir erzählt hat, sie war Teenager im Westen Rumäniens, die hatten ein bisschen mehr Zugang zur Literatur vom Außen. Und die haben manchmal fremde Bücher in Manuskriptform bekommen und jeder Teenie durfte eine Nacht damit verbringen. Und die haben die Bücher dann über die Nacht im Bett gelesen. Ich weiß nicht, ob es sowas noch gibt. Also da würde ich aber nie sagen wollen, es ist dann doch besser unter einer Diktatur oder mit Zensur, weil die Literatur dann wichtig ist. Also es ist immer noch besser, frei zu sein. Aber das ist ein bisschen eine paradoxale Situation, die für mich immer präsent ist, dass Kunst eher ein Luxus ist in freien Gesellschaften. Und erst dann, wenn man unter Not ist, dass die lebensrettend werden kann. Allerdings würde ich auch auf ein anderes Thema aufgreifen. Das ist vielleicht das Netflix-Thema. Und ich finde, wir haben manchmal Probleme mit Unterhaltung und Probleme mit Genuss. Vielleicht ist das eine intellektuelle Sache, dass wir misstrauisch sind. Und da könnte ich als Medievistin sagen, das hat mich, ich habe neulich ein Buch darüber gelesen, eben über Unterhaltung, Literatur als Unterhaltung und als Medizin im Spätmittelalter. Und die Ratgeberliteratur für Prinzen damals hat denen wirklich gesagt, dass sie am Ende eines Tages Geschichten hören sollen. Ja, so hat man das rezipiert damals. Und das war einfach gesund. Also die Idee war, dass man nicht den ganzen Tag darüber arbeiten kann und gestresst sein kann. Man braucht auch Unterhaltung, um rationell, um gesund, um klug, um weiß zu bleiben. Also da würde ich auch sagen, Unterhaltung kann auch eine ernsthafte Sache sein und nicht nur Eskapismus oder sowas. Ich will es jetzt auch gar nicht gleich wieder mit einem überzogenen gedanklichen Unrat aufladen, was Frau Dumitrescu gerade gesagt hat. Aber spielt hier womöglich ein ganz menschliches Grundbedürfnis rein, dass man sich eine stimmige Geschichte erzählen möchte über die Welt und auch über das eigene Leben. Das autobiografische Gedächtnis hat ja diese wunderbare Fähigkeit, im Nachhinein irgendwie alles so auf Reihe zu ziehen, dass man den Eindruck hat, ja, hat doch schon ganz gut gepasst. War eigentlich genau richtig, dass ich im Jahr 1999 XY getroffen habe und 2005 YZ und irgendwie, ja, ist schon eine richtig stimmige Sache. Könnte auch ein Roman sein. Herr Koch, wie sind Ihre Gedanken? Naja, ich glaube, das beschreiben Sie auf der einen Seite schon sehr richtig, dass sozusagen sich irgendwie über das Erzählen auch ein Leben ordnen lässt, retrospektiv. Auf der anderen Seite würde ich, glaube ich, irgendwie viele Kulturtheoretiker auf meiner Seite versammeln können, die sagen würden, dass dieses Zusammenspiel von Erfahrungsraum, also das, was gewesen ist und Erwartungshorizont, also sozusagen aus der Erfahrung abzuleiten, was denn kommen wird, dass das immer mehr zerreißt. Dass wir sozusagen immer mehr irgendwie eigentlich sozusagen in eine Zukunft uns hineinbewegen, die sich eben nicht mehr irgendwie genuin, logisch, erwartbar aus der Vergangenheit und aus den Erfahrungen, die wir gemacht haben, ableiten lässt. Und ich glaube, das ist schon so ein Punkt, der zumindest da, wo wir auf einer kollektiven Ebene versuchen, so eine Erzählung zu machen, wo kommen wir her, wo gehen wir hin, dass das da immer schwieriger wird. Sozusagen wir leben in einer disruptiven Zeit, in der irgendwie diese drei Schichten von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft immer mehr auseinanderfallen. Und es gibt diesen schönen Satz von Marc Fischer, dass man sich das Ende der Welt irgendwie eher vorstellen kann als das Ende der Banken. Das verweist sehr schön darauf, dass da sozusagen eigentlich der Möglichkeit Sinn, den Friedrich von Borges irgendwie quasi stimulieren will, dass der irgendwie sozusagen in größeren Kontexten manchmal auch ganz schön verhangen ist oder verregelt ist. Der Neoliberalismus hat es natürlich geschafft, so einen Eindruck von Alternativlosigkeit in die Welt zu setzen. Und das findet man dann witzigerweise auch genau als so eine Erzählung wieder bei Netflix, beziehungsweise bei HBO. Wenn man sich die dann doch recht erfolgreiche Serie Westworld zum Beispiel anguckt, die erzählt genau das. Es gibt sozusagen keinen freien Willen mehr, es gibt nur noch Determination, alles ist durch künstliche Intelligenz geregelt. Und es gibt keinen Möglichkeitsraum mehr, sondern es gibt sozusagen nur noch Festlegung und Ausbeutung. Und das ist, glaube ich, sozusagen ein Gefühl der westlichen Gesellschaften, das ganz viel damit zu tun hat, dass dann auf der anderen Seite dann doch solche radikalen politischen Bewegungen immer mehr Raum greifen, die sozusagen eine ganz andere Gegenerzählung haben, natürlich hochaffektiv aufgeladen und sozusagen gegen Politik als exzessloses Abarbeiten, auf einmal dann doch sozusagen das aufwallende männliche Gestalten dann widersetzen. Und das hat natürlich sozusagen prekäre Konsequenzen. Hat denn dann die große Wende, die 1989, 90 stattgefunden hat, vielleicht auch einen Desillusionierungsprozess eingeleitet, in dem dieser Anschein von Alternativlosigkeit irgendwann im Vordergrund stand. Und das, was Frau Dumitrescu gerade geschildert hat, dass Bücher so unter der Hand weitergegeben wurden wie ein kostbares Gut, dass das in den Hintergrund geraten ist. Zunächst mal, weil man glaubte, in einer neuen Art von Freiheit angekommen zu sein, in der man das nicht mehr brauchte. Im zweiten Schritt aber vielleicht auch, weil man, ohne sich das einzugestehen, einen Verlust erlitten hat, der gar nicht so leicht wieder gut zu machen ist. Sie sind ja aus Dresden zu uns gekommen. Ich denke jetzt zum Beispiel gerade an den Roman von Ingo Schulze, Die rechtschaffenden Mörder, der im vergangenen Jahr erschienen ist. Da wird von einem Buchhändler berichtet, der für einen gewissen Zirkel so eine Art Heilsbringergestalt fast war, weil man dort die seltenen, die guten Bücher bekam. Dann kam die Wende und nach und nach ist er in der Bedeutungslosigkeit versunken und hat im Supermarkt verkaufen müssen. Ja, ja, der verschwindet in der Bedeutungslosigkeit und aber auch sein Verständnis von Kultur ändert sich. Das wird arisiert aus einem weltoffenen Verständnis von Kultur wird auf einmal das Nationalkulturelle wieder in diesem Roman. Und das ist, glaube ich, auch eine Dimension, die man bei aller Differenzsetzung zwischen Netflix und dem guten Buch nicht aus dem Blick verlieren darf. Gerade in Deutschland, wenn man über Bildung redet, über Kultur, dann haben wir natürlich sozusagen da eine ganz spezielle Beziehung. Der Germanist Richard Alevin, ein Immigrant, der dann nach Deutschland zurückkommt nach 1945, hält einen Vortrag und sagt, zwischen uns und Weimar, also gemeint zwischen uns und Goethe, liegt Buchenwald. Es gibt sozusagen eine intrinsische Verknüpfung der deutschen Nationalkultur mit all ihrer Bildungsempphase und ihrem Hochkulturgedanken und dem NS. Weil sozusagen der Nationalsozialismus natürlich sich sozusagen gerade die Bildungsbürger als Meinungsproliferatoren sehr willfährig gemacht hat. Und das darf man nicht vergessen. Also wenn man sozusagen das gute Buch irgendwie gegen Netflix irgendwie sozusagen in Stellung bringt, gerade in der Populärkultur ist natürlich auch ein sehr demokratisches Moment vorhanden. Das haben Sie ja vorhin auch gesagt. Die Leute sind eben nicht nur passive Geschichtenempfänger, sondern die gehen da aktiv mit um und erzählen ihre eigenen Anschlussgeschichten. Mal so, mal so. Sie merken, wir sind im Wechselschritt unterwegs zwischen Zukunft und Vergangenheit, zwischen Fiktion und Realität. Und ich würde jetzt gern das Stichwort, das Sie eben haben fallen lassen, Herr Koch, nutzen, um noch einen kleinen Schritt weiter zurückzugehen in die Vergangenheit, nämlich das Stichwort Exil. Frau Dumitrescu, ich glaube, Sie haben sich auch damit durchaus beschäftigt. Jedenfalls spielt es eine Rolle in einem der Texte von Ihnen, die ich gelesen habe, dass dieses lebensrettende Moment von Literatur nun wieder emphatisch verstanden, existenziell verstanden, speziell in der Exilliteratur eine große Rolle gespielt hat, als Ausdrucksmedium, als Selbstvergewisserungsmedium möglicherweise, schlicht und einfach auch, weil man in irgendeiner Form den Beruf weiter ausüben konnte, den man ausüben wollte. Ja, es gibt eine ganze Reihe von berühmten Beispielen, so Auerbach natürlich als Wissenschaftler. Erich Auerbach, der Mimesis geschrieben hat. Ja, genau, danke. Dante Alighieri hat im Exil geschrieben, hat ihm Ruhm gebracht, aber nicht viel mehr. Ovid war tatsächlich in Rumänien, damals war das nicht so toll, also vielleicht im Vergleich zu Rom, ich sage nichts, aber es gibt eine, das ist oft so. Und was ich da unterstreichen möchte, ist Kunst, und da würde ich auch sehr breit, das sehr breit passen. Also es kann Kreativität, Kreatives schaffen, kann tatsächlich ein Weg sein, um eine eigene Identität festzuhalten. Und das kann auch innerhalb eines Landes, also es gibt mehrere Arten von Exil. Für das Buch Rumba under Fire, The Arts of Survival from West Point to Delhi, das Sie gesehen haben, das ist eine Aufsatzsammlung von 2016, habe ich ein Interview geführt mit einer Schriftstellerin, die zu historischen Kochbüchern arbeitet. Und sie hat eben eine faszinierende Sammlung von Rezepten, auch Theresienstadt, herausgegeben. Das ist kein Kochbuch, die wurden von einer Frau, Mina Pächter genannt, einfach heruntergeschrieben. Die war im Verhungern, also sie hat sich nicht so gut an die Rezepten erinnert. Aber das waren die Rezepten ihrer Kultur, ihrer Kindheit, ihrer Jugend. Das waren Rezepte, die sie nie mehr kochen würde. Aber sie könnte durch die Vorstellung an diesen Rezepten noch an ihrer Identität und Kultur festhalten. Und was ich von dieser Schriftstellerin, Cara de Silva, gelernt habe, ist, dass es eine Praxis, die man überall findet, in Kriegslager, Konzentrationslager, Gefängnisse und so weiter, dass Menschen Rezepte tauschen. Das war anscheinend auch im Auschwitz so, dass man sehr oft über Rezepte geredet hat. Das war für mich eine unglaubliche Entdeckung. Also wir reden über Kultur als Lebensmittel, aber Lebensmittel sind auch Kultur. Und in diesem Sinne würde ich das sehr breit fassen, dass man, sei es Literatur oder Musik, Gedichte, die Rezepte der eigenen Kultur, man kann sich daran festhalten, indem man das, man erinnert sich danach, man schafft was Neues. Und ja, wie gesagt, Exil gibt es in vielen Formen. Also es gibt die berühmten Beispiele, aber es gibt ganz einfache Menschen, die vielleicht nicht in den Geschichtsbüchern auftauchen, die dasselbe gemacht haben, und zwar ganz viele. Ich erinnere mich gerade daran, ich habe keine Ahnung, ob irgendjemand von Ihnen im Saal an diesem Abend hier war. Da haben wir einen Abend über Exilliteratur nämlich hier gemacht. Und auf diesem Stuhl oder jedenfalls auf dieser Seite des Podiums saß Dogan Akanle, der inzwischen gestorben ist, und hat sehr berührend darüber erzählt, wie er aus der Türkei hierher kam und seine Sprache mitgenommen hat und wie ihm die Sprache als Identitätsanker diente, wie wohl er dann auch Deutsch zu sprechen und zu schreiben gelernt hat. Vielleicht können wir das mal noch ein bisschen vertiefen, dieses Stichwort Identität, Erzählung als Identitätsanker, Sprache als Identitätsanker und in diesem Zusammenhang dann Kunst, Kultur. Wie sie Menschen helfen kann, in diesem Leben vielleicht auch unter Umständen Fuß zu fassen, die einen in größte Bedrängnis bringen. Denn das wäre, glaube ich, wenn wir über Romane oder Fiktion als Lebensretter sprechen, auch noch mal ein sehr lohnendes Thema, da ein bisschen genauer hinzuschauen. Sie haben ja vorhin schon, Herr von Borries, ich glaube, in einer ihrer ersten ein, zwei Antworten davon gesprochen, da geht es um Personen, da geht es um Identifikationsangebote, Identifikationsmöglichkeiten, wenn wir Romane lesen, wenn wir Erzählungen lesen. Also jetzt beim Zuhören in den letzten Minuten ist mir noch mal aufgefallen, dass wir, glaube ich, diesen Begriff der Lebensrettung Lebensrettung in zwei Richtungen verwenden. Das eine ist ein individuell retrospektiver, das heißt, wie sichere ich meine Identität durch Geschichten, in die Richtung zählt, zielt jetzt ja auch ein Stück weit Ihre Frage. Und ein zweiter Richtung, wie können Geschichten prospektiv mögliche Zukunfts für sozusagen in Krisen erlebte oder in Krisen erfahrene Sehnsucht nach anderen gesellschaftlichen Formierungen machen und bieten. Und Menschen sozusagen, die, wie wir ja eben drüber gesprochen haben, die in Exilsituationen sind, die also sowohl eine Identität mitbringen und sich darüber Gedanken machen müssen, wie sie die bewahren, wie sie die weitererzählen und gleichzeitig ein Stück weit eine neue Identität aufbauen müssen. Ja, da helfen sozusagen natürlich diese Vorstellungsräume, die sich durch Erzählungen und durch Sprache eröffnen. Und ich finde eigentlich das Bild der Rezepte dafür total schön. Wir hatten jetzt eben die Rezepte, die Identität bewahren und weitergeben. Und jeder, der mal versucht hat, seine Ernährung umzustellen, zum Beispiel kein Fleisch mehr zu essen, dann klappt dieses Deutsche drei Sachen auf dem Teller. Ja, Fleisch, Sättigungsbeilage, Gemüse ja nicht mehr. Nur eins wegtun, funktioniert nicht. Das heißt, man muss neue Rezepte, man muss eine neue Sprache finden. Da helfen einem Rezepte von anderen, jetzt als platte Metapher, sozusagen die Erzählungen, die man sich holt, die Rezeptbücher, die man sich anguckt, um sozusagen eine neue, eigene Sprache zu finden. Und dann kocht man, was weiß ich, dreimal Otto Lenki und dann macht man selber irgendwie weiter. Und wir müssen, um den Bogen zu schließen, glaube ich, sowohl überlegen, welche Erzählungen, welche Sprachformen wollen wir sozusagen mitnehmen. Ich höre ja auch hier immer diesen Schmerz, über das nicht mehr so viel gelesen wird. Da schwingt er ja mit. Und gleichzeitig müssen wir auch überlegen, welche Sprachen wollen wir eigentlich nach vorne bringen. Und jetzt Sprache, auch bildlich gesprochen, welche Kunstformen. Unsere Diskussion über populäre Formen des Erzählens und so weiter sind ja auch neue Formen des Erzählens. Also welche Sprache wollen wir entwickeln, entwerfen, um die Gesellschaft, die Lebensformen, die wir uns für die Zukunft vorstellen, über die wir uns ja alle noch verständigen müssen, zu gestalten. Lars Koch, aber hängen nicht beide Aspekte vielleicht aufs innigste miteinander zusammen? Dieser retrospektiv persönliche Aspekt der Identitätsvergewisserung und dieser nach vorne geworfene, einer gemeinsam vorstellbaren Zukunft? Ganz sicher. Aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, dann finde ich den Aspekt, den Friedrich von Borges gerade stark gemacht hat, wirklich den Spannenderen. Weil das sozusagen auch nochmal irgendwie in einer anderen Weise auch ein Blick auf Kunst und auf ästhetische Erfahrungen, die wir mit Kunst machen können, wirft. Denn was Friedrich gerade beschrieben hat, ist ja sozusagen der Moment, wo sozusagen durch Kunst, irgendwie durch die Disruption, dass ich jetzt meine Essgewohnheiten umstellen will oder muss, sozusagen alte Gewohnheiten entautomatisiert werden. und ich sozusagen in diesem Moment der Entautomatisierung, auch möglicherweise der Störung, der Aufstörung, erstmal sozusagen in die Lage versetzt werde, aus meinen normalen Routinen und Selbstverständlichkeiten herauszutreten, zurückzugucken und vielleicht sozusagen auch irgendwie einen anderen Blick auf die Identitätsprozesse zu werfen, die mich zu dem gemacht haben, der ich heute bin. Aber vor allem sozusagen anders über Zukunft nachdenken zu können. Also insofern ist ästhetische Erfahrung, und da wäre dann Literatur nur ein Sonderfall, wenn sie wirklich gut funktioniert, eben sozusagen nicht einfach nur ein außeralltäglicher Moment, sondern hätte immer so was im tiefsten Sinne dann doch auch Aufstörendes, Verstörendes, im Sinne sozusagen, auch im Sinne von Brechts Verfremdungseffekt meinetwegen, also sozusagen so ein Moment, wo ich irgendwie aus meiner Komfortzone herausgerissen werde, und da ist eine epistemologische Chance mit verbunden, eine Chance des Nachdenkens darüber, dass die Dinge möglicherweise anders sein könnten. Und von da aus könnte man jetzt natürlich wieder einen Bogen irgendwie sozusagen zu Mark Fischer und zu dieser Idee, dass man sich die Banken sozusagen irgendwie nicht vorstellen kann, ziehen. Also Kunst hat sozusagen irgendwie dieses, das ist das utopische Moment, auch in der Performance-Kunst spricht man von Pre-Enactments, sozusagen Vorwegnahmen, das hast du ja vorhin auch schon mal so en passant genannt. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger sozusagen Aspekt, wo das Politische der Kunst dann eben auch nicht in der einen oder anderen Botschaft liegt, die man jetzt vermittelt, sondern sozusagen in der Erfahrung, dass man über die Dinge anders nachdenken kann. Das ist dann eine viel radikalere, fundamentalere sozusagen Dimension von Kunst, als es sozusagen nur die Botschaft ist, die ich jetzt ästhetisch anders sozusagen an den Mann bringen will. Das sind, wie ich finde, sehr faszinierende Gedanken, über die man sagen könnte, na ja, ein bisschen theoretisch sind sie womöglich aber auch, wenn Frau Dometrescu vorhin vom Genuss gesprochen hat und Menschen hier zuhören, die vielleicht selbst gerne lesen, dann wird ihnen das ein oder andere identifikatorische Erlebnis womöglich in den Sinn kommen. Ich gehe mal in Vorlage und erzähle von einem etwas paradoxal Genuss aufgeladenen Erlebnis. Ich hatte mal so eine Thomas-Bernhard-Phase und war im Grunde genommen fest überzeugt, nach drei, vier, fünf Romanen, insbesondere auch den autobiografischen, dass ich jetzt vermutlich doch stark lungenkrank sei, dass ich in Perioden, die über ein bis zwei Seiten sich erstrecken, sprechen könnte, wenn ich es nur wollte und dass ich allemal berechtigt sei, die gesamte Welt einschließlich aller denkbaren Autoritäten in Grund und Boden zu reden, weil mir das als Thomas Bernhard-Leser selbstverständlich zustünde. Das war ein sehr genussvolles Erlebnis, aber die Welt war schwarz und düster. Und also solche schönen Erfahrungen kann man doch machen mit Literatur, ganz ohne darüber nachzudenken, ob man jetzt irgendeinen Möglichkeitsraum hinzugewinnt oder dergleichen mehr. Und dann kommt Elias Canetti ins Spiel mit diesem berühmten Satz vom Zufall des Gelesenen hängt es ab, wer du bist. Also in mir steckt auch noch ein bisschen Thomas-Bernhard-Leser. Trotz allem. Und so weiter. Ist dieses identifikatorische Moment, Frau Dometrescu, nicht doch eins, das man kaum hoch genug schätzen kann? Entschuldigung, ich fand das sehr schön, besonders weil mein Mann ein Thomas, also lieb Thomas Bernhard. Ich habe sehr viel davon gehört in der Familie. Ja, was ich sagen wollte, also zu dem, was Herr Koch gesagt hat, um diese ästhetische Erfahrung zu haben, muss man, wie soll ich sagen, man muss bereit sein, zu denken, zu interpretieren, vielleicht auch anders zu denken. Und ich finde, das ist ziemlich schwierig, wenn man vom Angst begriffen ist. Also das haben Sie am Anfang erwähnt, diese Unsicherheit, die Angst, die wir in Krisenzeiten immer erleben. Diese Emotionen spielen immer eine Rolle. Und natürlich können Künstler Emotionen erregen, aber andererseits kann man auch eine gewisse Auszeit von diesen Emotionen gewinnen. Da kommt Genuss wieder und Unterhaltung wieder rein, aber auch als Werkzeuge in diesem Sinne, also als ernsthafte Werkzeuge, um ein bisschen Distanz vom Leben zu kriegen, damit man auch anders denken kann. Also ich rede natürlich wieder von einem Idealfall. Das ist nicht immer so. Aber es kann so sein. Und ich bin sicher, ich bin nicht die Einzige, die die Erfahrung gemacht hat, dass ich vielleicht ganz nervös bin. ich habe um etwas Angst, ich mache mir Gedanken und ich öffne ein Buch und habe dann eine halbe Stunde oder eine Stunde eine Auszeit von diesen Emotionen. Ich finde, diese Emotionen sind besonders schlecht für rationelles Denken. Und von denen gibt es sehr viel gerade. Und da würde ich sagen, Literatur ist ein sehr hilfreiches Werkzeug, einfach, um uns kognitiv wieder aufrecht zu bringen, damit wir wieder so funktionieren können und nicht nur von Angst begriffen werden. Was sagen die Herren dazu? Stimmen Sie zu? Herr von Boris, Sie gucken so nachdenklich. Ich bin neugierig, was Sie gerade denken. Ja, ich denke, ich habe selber den Begriff Werkzeug verwandt. Und jetzt haben Sie auch den Begriff Werkzeug verwandt. Und irgendwie habe ich mir dann gedacht, ach so, nee, irgendwie Literatur als Werkzeug. Also das überlassen wir doch besser Bosch und anderen mit den Werkzeugen. Also dass wir, und es gibt so eine Tendenz, und das bringt natürlich auch dieser Titel mit, sozusagen, was bringt das denn jetzt, diese Kunst? Ob jetzt Literatur oder andere. Ja, dann bringt sie uns dann bitte wenigstens die Weltrettung. Und sozusagen mal ein grummeliges Gesicht, auf das sie sozusagen jetzt animiert hat, mich zu fragen, was ich denn wohl gerade denken möge, ist so ein bisschen so eine Verweigerungshaltung, obwohl ich ja selber das stark gemacht habe, wofür man alles, wie sinnhaft das ist und so weiter, dass man doch auch der Kunst und der Literatur diesen unheimlich wichtigen Freiraum zugestehen muss, den wir in ihr auch erfahren können, dass eben etwas nicht verwertbar und nicht nutzvoll ist, gerade in einer Gesellschaft, in der ja alles verwertet wird, ja, und dann noch mal recycelt, ja, also wo sozusagen alles unter diesem ökonomischen Verwertungsdruck steht, um da zu sagen, nein, die Kunst ist auch ein Raum und wir in der Kunst, in dem es diesen, diesen Druck nicht gibt. und das sollten wir, glaube ich, bei allem sinnvollen Argumentieren über die Werkzeughaftigkeit für übergeordnete, größere Ziele von Bildung bis Weltrettung nicht aus dem Blick verlieren. Lars Koch, Sie haben auch zum Mikro gegriffen gerade. Ne, ja, vielleicht. Klar, das ist natürlich das alte Kant-Argument, das ist das interessenlose Wohlgefallen, das wir natürlich... Das lag mir auf der Zunge, ehrlich gesagt. Ja, na klar. Das hat auch, finde ich, absolut seine Berechtigung, weil natürlich sich zumindest in der Moderne in die Kunst als eine Sphäre herauskristallisiert hat, die sich eben nicht sozusagen von vorne herein solchen Zwecklogiken unterwirft. Auf der anderen Seite, wenn man sich den Kunst- oder den Literaturmarkt anguckt, ist sozusagen das irgendwie natürlich eine Sphäre, die total durchrationalisiert und durchökonomisiert ist. Also irgendwie Künstler werden zu Marken, machen Autorschaftspolitiken und sozusagen bashen auf andere Künstler ein, um Geländegewinne und Aufmerksamkeitsgewinne zu erzielen. Da darf man sich, glaube ich, nichts vormachen. Aber klar, es gibt dieses Moment, dass man ein Stück weit aus diesen alltäglichen Rationalitäten herausfällt. Ob man dabei aber dann sozusagen rein kognitiv agiert und nicht vielleicht sogar stärker affektiv, als man es sonst tut oder anders affektiv, da wäre ich sozusagen ein bisschen zögerlich, weil ich glaube irgendwie sozusagen, dass die Diskussion auf der einen Seite das Rationale gegen das Affektiv-Emotionale auf der anderen Seite in Stellung zu bringen, dass das nicht wirklich gut funktioniert und auch eher sozusagen davon wegführt, zu sehen, wie sehr sozusagen unser Agieren in der Welt immer schon medialisiert ist und narrativiert ist und eigentlich sozusagen immer schon auch sozusagen von Affekten und Emotionen getriggert ist. Und genauso sozusagen auf der anderen Seite, wenn wir mit Kunst uns begegnen, der Körper ist immer dabei. Selbst wenn ich still sitze und lese, er ist immer dabei und sozusagen die Affektionsprozesse spielen sich vielleicht sozusagen auf einem anderen Level ab, aber sie sind natürlich sozusagen präsent. Sie nicken, Frau Dumitrescu. Ja, ich finde auch diese Unterscheidung zwischen Rationalität und Emotionalität künstlich, ja, also die gibt es in der Realität, wie ich sie verstehe, nicht. Also das ist immer eine Mischung. Aber es gibt unterschiedliche Arten von Emotionen und ich rede jetzt, wie gesagt, ich habe von einem Idealfall geredet, also natürlich gibt es die ganze Bandbreite, es gibt auch ja, vor der Glotze sitzen, stundenlang und an nichts denken, aber man kann auch The Wire schauen und darüber ein Buch schreiben, also das, es gibt immer diese Möglichkeiten in jeder Kunstform. Warum ich an die Emotionen gedacht habe, es ist nicht, dass man, es war wirklich nur, dass man ein bisschen Freiheit von der Angst bekommen soll, also das, darum ging es mir ganz spezifisch. Und ich habe im Sommer ein sehr interessantes Buch von einem Lorenz González gelesen, das hieß Deep Survival. Es ging um Menschen, die in Notsituationen landen, sie sind im Dschungel oder auf dem hohen See oder auf einem Berg und sie hätten eigentlich sterben sollen und sind nicht gestorben. Und er hat diese Fälle erforscht, manchmal auch Interviews geführt, um zu fragen, warum gibt es Menschen, die auch in diesen unmöglichen lebensbedrohenden Situationen irgendwie rauskommen. Und eine Sache ist mir aufgefallen, in fast jeder Geschichte gibt es einen Moment, wo dieser Mensch nicht mehr an die Bedrohung denkt, nicht mehr an Angst, sondern einfach rumschaut. Also es ist ein Moment der offenen Aufmerksamkeit. Und manchmal merken sie auch, wie schön es ist auf dem Berg, wo sie gerade am Sterben sind und so weiter. Und das war für mich sehr, sehr interessant, also diese Möglichkeit, einfach die Welt wahrzunehmen, das ist nicht immer gegeben, das haben nicht alle. Viele der Menschen, die in diesen Situationen gestorben sind, sind einfach aus Angst, haben sie aufgegeben, sie könnten sich nicht mehr, sie sind verrückt geworden. Und ich glaube, diese Aufmerksamkeit, in guten Fällen, natürlich nicht in allen Fällen, diese Aufmerksamkeit, können wir in einer ästhetischen Erfahrung lernen oder üben oder erfahren. Einfach eine offene, eine Offenheit für die Details und für die Realität, die da ist. Also das kann man mit Kunst lernen, aber dann auch im Leben ausüben, würde ich sagen. Sollte man dann also vielleicht, Lars Koch, ja. Völlige Zustimmung und trotzdem ein Gegenbeispiel. Vorhin ja schon gesagt, ich habe irgendwie über den Ersten Weltkrieg, in die Literatur irgendwie eine Arbeit geschrieben. Und ein Autor, Walter Flex, den kennt heute kein Mensch mehr, hat den erfolgreichsten deutschsprachigen Roman über den Ersten Weltkrieg geschrieben, Der Wanderer zwischen beiden Welten. Jugend bewegt, mit dem ganzen Bildungsrepertoire des 19. Jahrhunderts, den ganzen Helden eben im Turnister. geht Walter Flex selber als Kriegsverwähliger in den Krieg und überlebt auch eine Zeit lang, schreibt irgendwie diesen Roman über einen Jugendfreund, der vor ihm stirbt und irgendwann wird aber sozusagen die eigene Heldenfantasie getriggert aus seinen Leseerfahrungen so groß, dass er den Säbel zückt auf der Ostseeinsel Ösel und dann mit seinem Pferd in die gegnerische Maschinengewehrstellung reitet und natürlich erschossen wird. Und wie es dann die Geschichte will, hat er sozusagen seinen neuen Roman, an dem er gerade arbeitet, auch noch in der Brusttasche und die Kugel durchschlägt erst diesen Roman. Und irgendwie das ist schon ein schönes Beispiel dafür, dass dann die falsche Lektüre oder das falsche Lesen durchaus auch lebensgefährlich sein kann und eben nicht nur lebensrettend. Wenn Sie uns schon in die Sphäre des Ersten Weltkriegs mit zurücknehmen, Lars Koch, es gibt ja diese belegten Geschichten, dass in den Turnistern der deutschen Soldaten Hölderlin beispielsweise mitgeführt wurde und es ist ja wohl auch so gewesen, dass das gelegentlich tatsächlich gelesen wurde und sehr hilfreich war und durch so eine Zeit hindurch helfen konnte sogar. Also Sie sehen, ich changiere jetzt wieder ein bisschen mehr in Richtung unseres Titels, aber über solche sehr ernsthaften Erfahrungen können wir uns ja auch austauschen. Naja, Walter Flex hatte auch seinen Goethe im Turnister. Klar, das sind natürlich sozusagen, das ist ein spezielles Klientel von Soldaten, das sind die bildungsbürgerlich bewegten jungen Männer, alle mit einem Wandervogelhintergrund, mit den Ideen von 1914 im Herzen, die dann quasi sozusagen eigentlich aus dem Kriegserlebnis ein Bildungserlebnis machen wollen, die aber alle dann irgendwie feststellen müssen, dass man sozusagen in einem industrialisierten Krieg gelandet ist, wo man noch so sehr sozusagen das Pathos und den Glauben vor sich her tragen kann, an der Faktizität dessen, dass ein Maschinengewehr sozusagen irgendwie eine Gewalt ausüben kann, an der man nicht vorbeikommt. Das mussten die dann alle lernen. Ernst Jünger schreibt das dann. Ernst Jünger schreibt irgendwie vor Langemark und irgendwie vor Vardin wurde der Bildungsgedanke und wurde das Heldentum irgendwie in Stücke geschossen. So ist das. Und irgendwie sozusagen, die gehen mit dem Bildungsballast des 19. Jahrhunderts in den Krieg rein, kommen aber ganz anders raus. Und das kann man wirklich schön zeigen, dass die ganze Ikonografie der 1920er Jahre dann ganz anders funktioniert. Das sind nicht mehr sozusagen die, in den Kriegsdarstellungen, dann die offenen Gesichter mit den heller leuchteten Augen, die beseelt mit Goethe, Schiller und Hölderlin in die Schlacht ziehen. Und das sind die verschatteten, stahlharten Typen mit dem Stahlhelm, die sozusagen eigentlich völlig austauschbar und nicht mehr individuell aus diesem Krieg herauskommen. Und Ernst Jünger macht dann so eine ganz andere Erzählung draus und rettet sozusagen die eigene traumatische Erfahrung irgendwie in so eine neue Form des Heldentums hinein. Aber das ist ein anderes Heldentum als derer, die in den Ersten Weltkrieg mit Hölderlin hineinziehen. Das kommt ja sicher dann auch nicht von ungefähr, dass in den 20er Jahren eine Bewegung wie die neue Sachlichkeit sich entwickelt, dass es jede Menge von Avantgarde-Bewegungen gibt, die versuchen, neue Formen von Literatur und von Kunst überhaupt auszuprobieren. Helmut Lehtner hat dieses schöne Buch geschrieben 1994 schon, die Verhaltenslehren der Kälte. Man lernt im Ersten Weltkrieg kalt zu werden. Und das ist eben nicht mehr das Ethos der Bildung, wie es 1914 noch in der August-Euphorie quasi gefeiert worden ist. Würden Sie denn alle drei hier auf dem Podium sagen, dass damals tatsächlich etwas zerbrochen ist, wieder in Rückkopplung zu dem, was wir hier uns zum Titel gewählt haben? Kann man seit damals nicht mehr mit gutem Grund sagen, Literatur, diese deutsche Bildungstradition, Bildungstraditionen dieser klassischen Art überhaupt, können etwas stabilisierend Lebensrettendes haben für ganze Gesellschaften? Ist das ein für alle Mal hinweggefegt durch die industrialisierten Kriege des 20. Jahrhunderts, Frau Dometrescu? Ich finde das anders, sagen, also ich kenne dieses Phänomen eher von der anderen Seite, also von der englischen und amerikanischen Seite. Es gibt ähnliche Sachen im amerikanischen Bürgerkrieg. Das waren auch teilweise sehr gut gebildete junge Männer mit ritterlichem Ideal in dem Kopf, die dann eine Realität erlebt haben, die einfach nicht reinpasste. Was ich aber sagen würde, ist, das war nie die Rolle von Literatur, irgendwie Krieg gut zu machen oder Krieg Bedeutung zu geben. und das sieht man auch in Quixote, aber sogar an den großen Ebenen. Vom Anfang an ist die Literatur des Krieges eine Literatur des Scheiterns, würde ich einfach so pauschal sagen. Vielleicht mit einer Ausnahme, El Cantar del Sid, spanisches Gedicht aus dem Mittelalter, aber sonst sind die meisten Gedichten zum Krieg eher Gedichte umschreiten. Also die Helden sind immer, würde ich so sagen, das sind immer Helden, die nicht schaffen, was sie schaffen sollen. Die Zukunft sieht immer oft schlimmer aus am Ende des Gedichts als am Anfang. Also da würde ich sagen, es ist keine faire Erwartung von der Literatur. Und auch dazu muss man sagen, Trauma ist ein besonderer Fall. Also es gibt diese Situationen, Krisensituationen wie Exil und Gefängnis und so weiter, Krankheit zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob man wirklich Krieg in Literatur überhaupt darstellen kann. Und es gibt auch andere Traumata, die wirklich vielleicht nie wirklich reinpassen in Texten oder in Bildern oder was auch immer. Da ist immer eine Spalte zwischen der Erfahrung und der Repräsentation. Entschuldigung. Das wäre dann zu viel gefragt von den Künsten, diese Wirklichkeit korrekt und genau weiterzugeben. Was können wir denn dann realistischerweise von den Künsten erwarten? Denn das ist vielleicht auch gar nie der Anspruch gewesen von Kunst, Wirklichkeit in diesem Sinn auch auf die traumatischsten Erfahrungen bezogen, realistisch oder gar korrekt wiederzugeben. Lasko. Naja, ich bin mir da nicht so sicher, also bei dem, was Sie gerade gesagt haben, wenn man jetzt nochmal wirklich sich die Situation der 20er Jahre vor Augen führt. Klar, es gibt eine Zeit, wo eigentlich sozusagen Stille herrscht. in den Anfang der 20er Jahre, zumindest im deutschsprachigen Kontext, schreibt eigentlich niemand über den Ersten Weltkrieg und schon gar keine Romane. Aber dann, mit einem gewissen zeitlichen Abstand, so ab 1928 aufwärts, ist es eine richtige Konjunktur von Kriegserzählungen und auch mit einem literarischen Anspruch. Und da gibt es dann Leute wie Ernst Jünger, die sozusagen versuchen, das Heroische irgendwie über den Krieg hinweg zu retten. Aber es gibt schon auch andere Texte, die versuchen, mit sehr avancierten Erzählverfahren dann auf einmal die Zersplitterung der Wirklichkeit darzustellen und eigentlich sozusagen den Riss, den der industrielle Krieg in die symbolische Ordnung gerissen hat, quasi sozusagen anschaulich zu machen. Also das gibt es glaube ich schon. Aber ich glaube, man kann aus so einem historischen Beispiel nicht eine generelle These darüber ableiten, was wir von der Literatur insgesamt erwarten können. Das ist glaube ich sozusagen kulturell zu unterschiedliches auch von Medien Konstellationen abhängig. Wobei ich sozusagen diese Idee, dass man im besten Fall eine Stimulierung des Möglichkeitssins irgendwie erwarten kann, die finde ich schon sehr plausibel. Womit wir wieder bei Friedrich von Borjes wären, glaube ich, denn diese Stimulierung des Möglichkeitssins ist doch etwas, mit dem Sie sehr sympathisieren. Ja, ich hänge noch ein bisschen bei der sprachlichen Dimension der Frage, was wir von der Kunst erwarten können, ist damit gemeint, dass wir halt warten müssen und dann kommt irgendwas oder ist damit gemeint, dass wir eine Erwartung an sie formulieren, was sie denn zu leisten habe. Wahrscheinlich bewegt es sich irgendwo dazwischen, denn das Tolle bei der Kunst ist, dass sie ja immer das Unerwartbare hervorbringt, sonst wäre es, glaube ich, ein wesentlicher Teil von Kunst. Was ich aber schon glaube, was eine Hoffnung ist, die wir an Kunst haben, ist, dass sie uns schon hilft, die Lebenssituationen, mit denen wir konfrontiert sind und von denen wir überfordert sind, deshalb glaube ich, die vielen Kriegsromane nach dem Ersten Weltkrieg irgendwie zu fassen zu bekommen. Ich selber wundere mich eigentlich, dass dieses Gerät, was ich jetzt hier in die Luft halte, die Maske in der Bildpolitik des Spiel- und Fernsehfilms noch nicht angekommen ist. Ich gehe aber davon aus und in Romanen meines Wissens auch noch nicht, dass wir bald Romane und Filme haben werden, die mit der Merkwürdigkeit von Distanz und Nähe umgehen, mit dieser Erfahrung, die wir gerade alle machen und glaube ich, noch nicht richtig verarbeiten und fassen können. Wir werden sozusagen Bilder, ich freue mich schon auf diese Kuss-Szenen mit Maske, ja, wird sie jetzt die Maske abnehmen oder nicht? Oder wird sie ihn zunächst nach seinem Impfzertifikat fragen? Oder küssen sie sich doch mit Maske? Ja, also wir merken an unserem Lachen, das ja so ein leicht hysterisch Befreiendes ist, dass wir es auch noch nicht wissen, wie wollen wir damit umgehen? Weil wir auch im Alltag sehr oft nicht wissen, wie gehen wir damit um? Der eine streckt einem die Hand hin, man weiß nicht, also wie gehen wir mit diesen Situationen um? Und natürlich wird es Kunst in den nächsten Jahren geben, übers Sterben noch gar nicht jetzt gesprochen, was anders plötzlich wieder in das Visuelle und Alltägliche gekommen ist, die uns helfen wird, damit umzugehen. So, dass wir jetzt sozusagen dieser Krisenfeld Corona, was Sie in Ihren Eingangsworten ja angeschnitten haben. Ich glaube, in dem Krisenfeld Migration, wo man jetzt auch streiten kann, ob das ein Krisenfeld ist, aber Sie haben es vorhin so benannt, werden wir sicherlich auch irgendwann dahin kommen, dass wir nicht mehr nur über Goethe und Hölderlin reden werden, sondern auch andere kulturelle Ressourcen uns zugänglich machen, als nur sozusagen unsere national traditionell überlieferten. Und in dem Themenfeld Klimawandel, was Sie ja auch angeschnitten haben, erleben wir, dass es in den Künsten, sowohl in der Literatur als auch im Theater, in den bildenden Künsten, diese Räume, die Sie jetzt ja auch an mich adressiert haben, also Imaginationen, Möglichkeitsräume gibt, wo wir andere Zukunft temporär erproben können, um dann überhaupt über sie zu diskutieren. Wie das Festival für Überlebenskunst, was mal im Haus der Kultur und der Welt war, wo sozusagen andere Formen der Schule und des Lernens mal ausprobiert wurden, die dann in den Jahren danach schrittweise auch in die Realität sozusagen einsickern werden. Also das als kurzer Abriss, wie wir in diesen verschiedenen Krisen, die Sie benannt haben, ein unterschiedliches Verhältnis von abwarten müssen, bis uns geholfen werden wird, bis hin zu schon auch Erwartungen, die auch zum Teil ja schon bereits erfüllt werden. Es ist ja ganz interessant, wenn man moderiert, nimmt man ja auch auf, was so als Sprachklischee vorgeformt ist und wirft es mal in so eine Runde rein. Es ist ja ganz interessant, dass wir mit solchen Formulierungen ganz selbstverständlich, wir, nicht alle, aber viele, ganz selbstverständlich hantieren, dass überhaupt so etwas wie eine Erwartungsfrage in Richtung Kunst adressiert wird und dass man sich das mal bewusst macht in so einem Zusammenhang wie heute Abend. weil sie von der Masken Nichtbearbeitung bisher sprachen. Das ist eigentlich äußerst erstaunlich, wenn man sich es mal genauer vor Augen führt. Es gab ja diese Momente zu Beginn der Pandemie, als man dann einen Fernsehfilm sah und sagte, um Gottes Willen, sie kommt ihm viel zu nah, gar kein Abstand oder so viele Menschen, das kann doch nicht sein, das ist doch gefährlich. Man hatte also das Gefühl, relativ schnell so eine Art Deutungsumschwung im Kopf vollbracht zu haben und jetzt so peu a peu, das ist mein subjektives Erleben, hat man sich aber wieder davon entfernt. Es gab auf der anderen Seite aber durchaus sehr früh auch literarische Verarbeitungsversuche, zum Beispiel den Brief von Mantrost von Thea Dorn, die versucht hat, ethische Fragestellungen, die durch die Pandemie aufgeworfen worden sind, zu bearbeiten. Nur seltsamerweise dieses Sichtbarste und gewissermaßen nächstliegende, also das, was Sie da jetzt hier an Ihrem Handgelenk spazieren tragen, die Maske, das spielt noch nicht so richtig die Rolle. Ja, Herr Koch, Sie haben natürlich gleich ein besonders schickes Modell mitgebracht, um aus Dresden gekommen zu zeigen, ich trage Maske und zwar in rosa. Das können jetzt die, die später diesen Abend nachhören, nicht sehen, deswegen muss ich das einmal sagen. Herr Koch grinst recht, verschmitzt dazu. Warum haben Sie diese Farbe gewählt? Aus einer rein ästhetischen Affinition zu dieser Farbe heraus. Meine Bücher sind auch alle rosa. Das ist sozusagen einfach, ne, Markenbildung, haben wir eben schon darüber gesprochen, das ist nicht nur im literarischen Feld, sondern auch im wissenschaftlichen Feld, das ist mittlerweile wichtig. Und ich habe jetzt gerade die Gelegenheit genutzt, um ganz charmant darauf aufmerksam zu machen, dass ich rosa Bücher mache. Oder pinke Bücher. Pinke Bücher, muss man sagen. Nee, aber Spaß beiseite. Also die Frage nach dem Verhältnis von sozusagen Corona, Maske, Distanz und Nähe, Ferne. Wenn man so ein bisschen sozusagen den Blick auf die Kunst weitet, irgendwie weg vom Roman eher in die präsentischen Künste, ins Theater hinein, hat das Theater ja so einen Wirklichkeitsvorsprung, weil es sozusagen auf der einen Seite ein ästhetischer Raum ist, auf der anderen Seite aber auch ein sozialer Raum. Da kommen Menschen zusammen. Da stellt sich die Frage von Nähe und Distanz ganz anders als sozusagen bei der Literatur, die ja immer schon mediatisiert ist. Und wenn man so ein bisschen guckt, gerade auf die ersten, auf das erste Jahr Corona, wird man feststellen, dass da ganz viele Theateraufführungen ja quasi ins Netz wandern. Und sozusagen das, was sonst an einem gemeinsamen Ort stattfindet, irgendwie dann sozusagen virtuell und digital zu machen. Und diese Theaterstücke reflektieren alle schon genau über dieses Entzugsverhältnis, das gemeinsam miteinander in einem Raum sein oder eben nicht. Also da gibt es das schon und irgendwie da kann man wirklich sagen, ist das Theater sozusagen, was die Verarbeitungsgeschwindigkeit des Krisenhaften angeht, vielleicht ein bisschen im Vorteil gegenüber dem Roman, der sozusagen erstmal irgendwie sozusagen auch eine Sprache und ein Narrativ finden muss, in dem er überhaupt das sozusagen darstellen kann, was unter Umständen sehr schwer darzustellen ist. Und das Theater macht es auf eine andere Art sehr, sehr sozusagen sehr direkt erfahrbar oder eben auch nicht durch den Entzug. Aber ich glaube, es liegt auch daran, dass sie keine andere Wahl hatten. Die Kussszenen im Fernsehen wurden dann immer mit Glasscheibe gedreht zwischen den beiden, weil das ja auch der Dreh bestimmte Corona-Auflagen hatte. und das Theater musste halt zumachen und musste sozusagen seine Stücke irgendwie übersetzen und kam ja nicht umhin, das dann auch irgendwie zu reflektieren. Und ich glaube, ein Grund, warum es halt noch nicht so angekommen ist, dass in diesem Fall, wir haben ja auch zwei unterschiedliche Deutungen des Begriffs der Krise. Also einmal sozusagen, Krise ist irgendwas, was kurz ist und dann vorbei ist und dann sozusagen Krise im eigentlichen Wort und das ist ein Umschlagpunkt, an dem sich etwas fundamental ändert. Und wir wissen ja alle noch nicht, welche Form von Krise wir haben und wir hoffen alle und man bemerkt es ja schmerzlich an den politischen Akteuren, dass sehr viele davon ausgehen, das ist so eine kurze Phase und danach wird alles wieder gut und man hat im Hinterkopf ja das Rauschen, nein, das, was wir als Globalisierung kennen, wird so nicht mehr sein mit allen Nachteilen und allen Vorteilen, die sie hatte und die Welt wird sich wahrscheinlich doch irgendwie anders ändern. und weil das noch nicht klar ist, sind die Narrative noch nicht da oder es sind noch zu große Unsicherheiten, Unbehaglichkeiten, ja sozusagen, wir sind noch unfähig damit umzugehen und wenn wir uns hier in zwei oder in drei Jahren wieder treffen, wird es, glaube ich, eine Vielzahl von Ansätzen geben, auf die genau das, was wir gerade erleben müssen, reflektieren. Frau Dumitrescu, Lars Koch, Friedrich von Borjes, wenn wir uns eine kleine spekulative Schlussrunde genehmigen, wir haben jetzt ein riesiges Feld aus, spaziert, ausgeschritten, mindestens mal da und dort, kurz hingestapft und dann wieder zurück, es ist, glaube ich, ein riesiges Thema, mit dem wir hier zu tun haben, das fand ich aber, muss ich ehrlich sagen, besonders reizvoll heute Abend, diesen Gang ins Offene, ohne so recht zu wissen, dass wir über Rezepte reden würden, über rosa Masken und dergleichen mehr. Um es zum Abschluss nochmal zurückzubinden an unseren Titel, der Roman als Lebensretter, Fragezeichen. Was sollten, was dürfen wir erhoffen von einer Rege am gesellschaftlichen Leben und an den Entwicklungen der Gesellschaft anteilnehmenden Kunst, wie sie uns in dem Dialog hält mit dem, was geschieht und sich entwickelt, auf eine Weise, die für uns alle produktiv sein kann und uns ein bisschen weiterbringt auf diesem Weg in eine Zukunft, die mit möglichst wenig Angst, aber doch mit den berechtigten Sorgen und Bedenken, die man haben kann, ins Auge gefasst wird. Jetzt habe ich es sehr kompliziert, schwurbelig formuliert, aber Frau Dumitrescu, Sie haben die ganze Zeit genickt, Sie wissen ganz genau, was ich gemeint habe. Eigentlich nicht, das ist eine schwierige Frage und ich will auf der einen Seite sagen, Kunst während einer Krise hat andere Herausforderungen und ein anderes Ziel als nach der Krise. Andererseits muss ich auch sagen, ich spaziere durch Toronto und sehe, wie viele Theater zugemacht haben, wie viele Konzerthallen nicht mehr offen sind. und ich weiß, dass es, ich kenne viele Autoren, die ihre Bücher nicht mehr drucken können oder drucken lassen können, weil es nicht genug Papier ist. Und da würde ich sagen, gleichzeitig optimistisch und sehr pessimistisch, dass ich erwarte in den nächsten Jahren, dass wir erst dann vielleicht in ein paar Jahren wirklich verstehen, was wir in dieser Zeit verloren haben. Das können wir in diesem Moment gar nicht sehen, was es für uns bedeutet hat, ein ganzes Kulturleben zu verlieren in dieser Zeit. Oft aus ganz guten Gründen, aber immerhin ist sie weg. Und das könnte gut gehen, wenn wir wieder aufbauen, je nachdem, wo wir sind. Aber es ist auch ein Verlust und das werden vielleicht auch trauern mit der Zeit. Wie kann uns eine Kunst begleiten, so wie Sie sie verstehen, durchaus projekthaft genommen, ein Roman, in dem viele reflektierende Passagen des Autors einmontiert sind. Das ist Ihr Roman Fest der Folgenlosigkeit, nämlich der dadurch Einfluss nimmt auf den weiteren Gang der Dinge. Ist das die Form, die Art Kunst, die in einem ganz direkten Austausch und Dialog mit den Menschen bleibt, die uns weiterhelfen kann, aus dieser Krise hinaus womöglich? Also das Tolle an Kunst ist, dass es so unglaublich viele unterschiedliche Formen gibt. Und ich kann, so wie Sie mich jetzt adressieren, nur die, für die sprechen, die ich selber versuche zu praktizieren. Und da versuche ich, so eine Mischung zu sein aus kritischem Aufrüttler und Zwangsoptimist. Pendelt mal mehr in die eine und mal in die andere Richtung. also mit den verschiedenen Mitteln der Kunst zum einen Situationen zu schaffen, in dem Alternativen des Jetzt sinnlich erfahrbar werden. Das sind eher Räume von Architektur, theatrale Situationen, performative, in denen man sozusagen selber sozusagen für so einen Glimpse, so einen Anschein bekommt, was man auch selbst anders sein könnte, wie man sich anders verhalten könnte. Also nicht die Rückversicherung, über die wir vorhin gesprochen haben, sondern die Projektion in eine andere Möglichkeit von einem selbst. Und, und das ist das, was ich im Roman suche, die Möglichkeit, diese eigenen Unsicherheiten, die wir alle haben, in unterschiedlichen Facetten von Personen verhandelt zu sehen, um irgendwie einen Spiegel zu haben zu diesen inneren Konflikten, Auseinandersetzungen, Kämpfen, die wir, glaube ich, alle in diesen krisenhaften Situationen haben. Und im Idealfall hilft das denjenigen, die sie produzieren, aber auch denjenigen, die sie rezipieren, ihre eigene Position weiterzuentwickeln zu etwas, was dann, das ist sozusagen der Optimist in mir, auch eine lebenswerte Zukunft ist. Andere Formen, andere Perspektiven von Autoren und Autorinnen oder von Künstlerinnen sind aber genauso wichtig. Ich habe kein Problem mit der Dystopie. Du hast, Lars hat vorher sozusagen ein bisschen, wie mir schien, sozusagen kritisch über dystopische Projekte gesprochen. Ich finde die unheimlich wichtig, auch sozusagen Schwarzmalereien, die sozusagen aufzeigen, was alles Schlimmes, Schreckliches passieren könnte. Auch die sind total hilfreich. Es gibt Momente, wo es wichtig ist, Kunst zu haben. Das große Feld der Musik zum Beispiel, wo man sich verliert und ganz woanders ist, ohne Mischen, ohne Auftrag, ohne Krise, ohne Konflikt, sondern sozusagen in Schönheit erblüht, ganz kitschig gesprochen. Auch das kann Literatur. Auch das ist total wichtig. Ich glaube, wir dürfen diese Sachen nicht gegeneinander ausspielen. Das ist das Tolle an der Kunst, dass sie diese Kraft der Vielfalt hat, die kein Einzelner immer abdecken kann, sondern wo sich jeder seinen eigenen Weg sucht. Lars Koch, Sie suchen Ihren Weg für die Kunst in die Zukunft. Ja, mein Eindruck ist so ein bisschen, was übrigens nicht nur für die Kunst, sondern auch fürs Denken gilt, dass viele Stimmen, die vor Corona sehr dominant waren, mittlerweile ganz schlecht gealtert sind. Das hat man irgendwie, wenn man sich jetzt die aktuellen Texte von Giorgio Agampton zum Beispiel anguckt, einen wichtigen Denker des Ausnahmezustands, der jetzt versucht, Corona zu beschreiben. Das ist wirklich ganz peinlich, weil das einfach nicht mehr passt. Und mein Eindruck ist, dass Corona dann doch vielleicht irgendwie im Vorausgriff auf das Anthropozän und auf das, was noch kommt, eine derart einschneidende Krisenerfahrung ist, dass diese ganzen alten Rezepte und Denkschablonen sowohl in der Kunst und Inszenierungsschablonen sowohl in der Kunst wie auch sozusagen im philosophischen Denken immer weniger gut irgendwie sozusagen funktionieren für eine Gegenwart, die derart disruptiv ist, dass sie sozusagen unsere Semantiken, unsere Beschreibungsformen irgendwie an eine Belastungsgrenze gebracht hat und noch weiter hinaus treiben wird. Und insofern ist, glaube ich, eine Kunst, die sozusagen sehr experimentell ist und eben nicht schon Antworten hat, sondern vor allem erst mal Fragen stellt und die sozusagen nicht irgendwie schon das Beruhigende hat, irgendwie wir kommen über die Krise hinaus, sondern die sozusagen diese Krisenerfahrung erst mal ernst nimmt. Eine ganz fundamentale, die wirklich alle gesellschaftlichen Selbstverhältnisse irgendwie auf die Probe stellt und auch zur Debatte stellen muss, irgendwie vielleicht sozusagen eine Kunst, die uns irgendwie weiterbringt. Aber das ist sozusagen vielleicht auch schon wieder eine alte Antwort, die gar nicht sozusagen dem Status Quo entspricht. Es bleibt offen, wir denken ins Offene. Irina Dumitrescu, ganz herzlichen Dank, dass Sie aus Toronto bei uns waren. Alles Gute dorthin. Schön. Vielen Dank. War wunderbar mit Ihnen. Friedrich von Borjes, Lars Koch, ich danke Ihnen sehr. Das war unser Herrenhäuser Gespräch, der Roman als Lebensretter, die Rolle von Fiktion in Krisenzeiten. Das nächste Herrenhäuser Gespräch findet am 27. Januar statt, hoffentlich wieder mit Ihnen, mit echten Menschen im Saal. Möge das Realität werden, nicht eine fiktive Wunschprojektion bleiben. Es geht um ein Thema, das wirklich nicht erst seit heute aktuell ist, aber seine Aktualität behält, um die sogenannte Cancel Culture. Das heutige Herrenhäuser Gespräch können Sie im Sonntagsstudio nochmal nachhören, das dürfen Sie auch gern weitersagen, wenn Sie mögen, auf Ende der Kultur am 9. Januar ab 20.05 Uhr. Herr von Borjes gießt sich schon ein Schlückchen ein. Sie haben jetzt die Gelegenheit, da draußen auch noch ein Schlückchen zu sich zu nehmen. Ich danke ganz herzlich Katja Ebeling von der Volkswagen Stiftung. Danke Ihnen fürs Kommen und wünsche Ihnen noch einen richtig schönen Abend. Tschüss. Applaus 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 Applaus